Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Flusiv Marsch. Wir haben jetzt fertig, und zwar ist Strom Lager voll. Das neue Gebäude haben wir noch nicht, weil das Geld noch fehlt. So, dann stehen. Grasmen ist dann fast fertig. Wir werden den LKW mal reinfahren lassen, zur Probe. Und zwar noch mal kurz einstellen, damit man da rein kann. Irgendwo kann man das entsprechen. Ich glaube ich, das sind die LKW und der LKW. Ich bin ein LKW, das ist ein LKW. Ah, Puh, 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 Razz. Ah, nee? Ich habe auch nicht... Ich habe auch nicht... Ein Problem mit dem Eis... Ich weiß nicht, was ich bin? Ja, okay, ich bin. Das klappt schonmal, das ist schonmal gut, wir werden gucken wie die Uhr, das war gestern noch mittel lang, so müsste eigentlich heute mal fertig sein, dass ich mir die Kuh bemeistert äh, macht einen Fall, wird gemütlich los, ja, das sollte eigentlich keine Probleme geben Typisch, typisch, wir sehen hier um alles gekümmert, Wax zu, Bohnen zu schaffen heute Ja, das ist eigentlich mit Stücken fertig, da haben wir Düngung Jetzt ist er fast leer, füllen wir es mal auf und dann füllen wir da Ja, das ist eigentlich, dass wir die Kuh beaktiveren Ja, das ist eigentlich, komm, du dricker mal mit dem Schieben wir an. Dann müssen wir Notstro verkaufen und dann werden wir das Heu ins Lager fahren. Hier berechnen wir mal kurz. Zwei. Ein bisschen weniger nehmen. Gehen wir am nächsten Mal rund. Das ist knapp meistens. Ja hoi. Wie so eine Held. Gut. Das macht er hoffentlich ganz gut. Observe hat sich natürlich nicht fest. Ja. 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 Das macht leider nicht garantiert. Oder im Kram. Oh, was er kauft. Alles gut. Kommt ein bisschen gerne in die Kasse rein. Aber taucht ganz gut. Schön Heu. Ja. Ja. Okay. Wir brauchen mehr Power. Für Mobius. Keine Ahnung. Preis geschaut. Ja. 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 So, bisschen Geld einnehmen, Show, haben wir genug. Naja, hier war es ja nicht. Dann zurück. Können wir gleich auf der Feld 2 mal aussehen. Mal sehen, wie der durchfährt und sich alle Ruhe beladen lässt. Mal sehen, wie der durchfährt und sich alle Ruhe beladen lässt. So, dann werden wir schauen. Sehmaschinen für Mais. Mais ist noch eine Gruppe. Aber Mais kann man nicht leisten. Für Mais reicht es noch nicht. Für Mais wird es noch nicht reichen. Aber wir haben alle raus. Ich kann das schon finden. Nicht dran, ne? Ja, verkehrt man. Um und immer ein Gewicht. Nicht gehen wir rum. Mal schauen, ob der Kalk einlässt. Oder nicht böse Vorarmung. Aber, das wird wirklich Kalk. Vielleicht doch. Das werden wir aussehen. Dann wird Kalk wieder her. Der Gras bleibt nicht. Bokken, Linke und der so, oben, sehr, egal, heißen, die erste, brauche. Hab's hat man eigentlich gehabt. Dann nochmal auffüllen. Ganz akku und Dünger. Das reißt das ganze Feld. Da braucht man keinen Kurs einfahren zum... Dünger in der Heer. Wenn du gleich liegen bist. Immer zu. Da war man halt dran, guck mal an den Anfang. Dann nehmen wir... Ab's aus. Noch ein starker Traktor, äh, der ist guter Höhe. Und die anderen packen's auch. Ausflug. 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 Und der hat und raus gegen die andere. So, an dieu kommt. Aber Der Traktor ist wieder an der Richtung, ne? 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 Die Räder haben wir leider gewaschen, Traktor weniger, Traktor nicht so ganz so dramatisch. Wir haben das Kampuzi gemacht. Der wird mal ab, bei den Kühen. Das ist ein Kampuzi. 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 Und den gleiche Räckchen. Der ist ja kaum noch. Wie lange? So, es ist extra nicht. Wir wollen eine Folge machen. So wollen wir eine Folge der Runde. Das soll uns vor Ihnen gewesen sein. Ich habe mir gefallen. Ihr könnt mir eine Folge haben und ein Like. Einmal bilden Sie es auf YouTube. Die Runde hören Sie sich zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.